Ich mag sie voll. Entschuldigung? Mhm. Findest du? Witzig. Deswegen mag ich sie auch. Du bist sehr witzig. Wie sieht die Katze aus? Ich bin gar nicht so... Also... Hey, war das gerade ein Sturz? Ich hab's nicht so erkannt. Das ist jetzt scheiße. Ja. Irgendwie hätte ich gerne jetzt einfach der Akku leer gehen. Ich bin gar nicht so freundlich. Ich habe die Katze ausgelenkt. Ich habe die Katze ausgelenkt. Ich habe das Video. Vielen Dank.